Ja, es ist eigentlich sehr gut verlaufen bis jetzt. Ziel war eigentlich, einen ordentlichen Fußball zu spielen. Wir spielen einen überdurchschnittlichen Fußball für die Liga. Mein größter Höhepunkt in meiner Karriere war vor drei Jahren, als ich aufgestiegen bin, von der zweiten in die erste Liga in Griechenland. Tja, wir sind in die Saison gestartet, um einen guten Fußball zu spielen. Jetzt stehen wir da oben und sollen wir dann nicht aufsteigen. Ich glaube, das wäre schon ein weiterer Höhepunkt in meiner Karriere. Was heißt Wunsch? Also die deutsche Mannschaft ist immer Favorit, egal ob Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Werden immer um den ersten Platz spielen und ich denke wieder, die kommen ganz ganz weit.